hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei let's play elektronik wir hatten letzte woche ein wenig theorie zum thema spulen und werden die theorie heute noch ein wenig mit toller praxis vertiefen ich habe hier noch mal wie letzte woche schon kurz gesagt ein kupferlackdraht und ich habe hier auch ein stück metall das heißt wir gucken uns heute mal das magnetfeld an das sich innerhalb der spule aufbaut und was mit dem magnetfeld machen kann und was das magnetfeld mit uns macht weiter geht es dann auch nächste woche mit mehr details dazu auch wieder praxis mäßig hinterlegt ja ich will aber vorab noch kurz was fragen und zwar würde ich mich über kommentare freuen zum thema länge der videos da ich ja doch manchmal kommentare kriege was heißt ja könnte länger sein und so ich persönlich bin ja eigentlich so eine mischung aus amiga und nintendo kind sprich amiga bin ich eigentlich gewohnt dass man eine diskette einschiebt und das relativ lang dauert bis das spiel startet und auf der anderen seite habe ich natürlich nintendo den ich mal früher hatte und da steckt man die kassette rein und das spiel läuft sofort deswegen bin ich eigentlich der typ der so youtube videos die länger wie vier bis fünf minuten dauern eigentlich irgendwann keinen bock mehr habt ihr anzuschauen und da wollte ich jetzt mal einfach euch um kommentare bitten wie seht ihr das sollen die videos länger werden oder ist die länge so in ordnung würde ich mich ganz ganz herzlich über kommentare freuen ja das dazu wir gehen jetzt wieder hier in den schreibtisch und legen los mit praxis bis gleich wenn eine spule in ihrem inneren ein magnetfeld aufbaut müssten wir damit doch ein paar witzige dinge anstellen können auch wenn es was mit strom zu tun hat magnetfeld ist und daher versuchen wir jetzt einfach mal einen magneten nachher hat damit strom zu tun einen elektromagneten zu bauen dazu nehme ich eine schraube aus eisen und wie kle ganz ganz viel kupferlackdraht um sie dieser kupferlackdraht ist dann unsere spule rein theoretisch sollte er wenn wir eine spannung anlegen ein magnetfeld aufbauen und so aus der eisenschraube einen magneten machen die enden des kupferlackdrahtes isoliere ich mit einer zange ab damit ich dort die spannung anlegen kann an den klemmen liegen 24 volt an die brachial auf 2 volt zusammenbrechen da die 2 ampere strombegrenzung greift dieser strom induziert unser magnetfeld und zog nebenbei dafür dass die spule waren wird um zu testen ob wir nun einen elektromagneten gebaut haben schütte ich ein paar eisennägel auf den tisch wie man hier sehen kann werden diese von der schraube angezogen und fallen wieder auf den tisch wenn ich die spannung ausschalten was für einen praktischen nutzen nun dieses magnetfeld hat sehen wir in einem relais dort zieht das magnetfeld den anker an und öffnet bzw schließt so die kontakte welchen gemeinen nebeneffekt das ein und ausschalten eines relais bzw eine spule hat sind wir nächste woche in der nächsten folge von let's play elektronik macht ein paar versuche bis dahin und vergesst nicht den daumen nach oben anzuklicken wenn euch das video gefallen hat heute ja 11 ni 10 12 11 12 13 13